So, dann können wir jetzt die Waffen rauszudrafen, äh die Waffen sag ich nicht, die Mission können wir jetzt rauszudrafen. Was haben wir denn jetzt? Stufe 4. Ja, wir haben schwarzes Korb, wo sind das? Besorgt eine Schlüssel für den kranen Steuerraum. Haben wir nicht den? Achso, das ist ja die. Nein, das ist ja noch andere, die können rauszudrafen, die brauchen wir jetzt nimmer. Die brauchen wir nimmer, mit dem Kran. Ja genau. Die brauchen wir jetzt, ja tötet zehn Feinde in, oh lecker lecker, da werden wir rumreißen. In drei verschiedene Orte musst du. Jetzt tun wir mal alles sie rauszudrafen, was wir haben da. Ja genau, und die drei ersten rein haben wir mal, oder? Mhm, da haben wir mal vielleicht eine Mission komplett, weil da brauchen wir eh grad mehr noch eins. Ja. Na, ich schaue jetzt mal, warte mal, Herr Hilden, was ist denn? Ach, Schlüssellager voll, jetzt habe ich wieder Schlüssellager voll. Hä? Hast du da mal neiges wieder? So, dann einmal, Kaufauswarte. Ach, jetzt ist ja das wieder. Ja, jetzt spinnt er wieder. Wo ist er? Ja, jetzt habe ich wieder eine Latte, äh, zwei da drin. Dann muss ich wieder Nylon oder was? Das ist eine Katastrophe. Ja, tu mal alles rauszudrafen von dem Ding. Ja, ja, Media, wenn es geht. Stufe 2. Stufe 1, Stufe 2. Ah ja, da muss ich rauszudrafen, weil der zeigt mir jetzt bloß noch Stufe 2 an. Okay, dann mach schnell. Weil scheiße. Die hab ich schon gemacht. Oh, oh, oh. Warte, du musst rauszudrafen. Ah gut, ich geh' ganz rauszudrafen. Scheiße. Warte, du, eberkwieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Also, du hast jetzt drinnen eine Dreier, die erste, die dritte und vierte. Ja. Genau. Das ist die andere. Das ist die andere. Ich brauch noch eins. Schwarzes Gold, oder? Da hast du auch noch drin. Schwarzes Gold, Heldenlauf, Bomber, Dämon. Ja. 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 Aber das geht nicht. Ja. 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 1, 2, 3, 4 Ich brauche das Gold mal hin weiter Ich brauche das Gold noch mal hin wie das Gold ist Ich brauche es, dann können wir steigen Nein, warte einmal Das geht nicht Warte einmal rum Wann geht das nicht? Warte einmal rum Wann geht das denn nicht? Das ist eine Stütze, Schicks. Helden auf schwarzes Gold. Nächte. Warte, funktioniert denn das nicht? Ja, aber wenn du zwei wenigstens drin hast oder eins, dann ist es auch wurscht, dann machen wir halt das dabei. Ja, machen wir das. Ja, jetzt ist bloß eins und zwei drin. Also eins und drei. Ja, passt. Oder Geisel retten, das ist vier, ja. Oder was? Ja, ist ja wurscht. Nehmen wir jetzt die. Vielleicht kann es ja nachmachen. Genau. Und alle Maschen, oder? Ja. Ja. Hey, was ist denn mit der Maske jetzt? Habe ich davon auch gehabt, aber die muss ich auch mehr ausprobieren. Wie sich die bebt. Einen Anzug habe ich noch nicht an. Einen Anzug haben wir schon. Einen Anzug, der schaut schon gut aus. Ja. Hier habe ich noch den Trinken. Ja, was hast du jetzt sogar zwei drin? Heldenlauf und schwarzes Gold, oder wie? Schwarz ist Gold, ja. Schwarz ist Gold. Ja, genau. Nimm mir da. Einen übereinander wenigstens hin? Ja. Zeine, da als Erstel links, ganz links außen, wo der Ding ist. Dann ein weiter und dann rauf ich geradeaus. Okay. Gauen wir halt mit dem Boot rum, oder? Da ist ein Boot. Schauen wir da schnell ins Ding hin. Es ist voll da leu. Nix. Nix. Ja. Ist was drin, wo es sich lohnt, da ich noch eingehen, oder? Ja, da kannst du unten schnell schauen, da ist noch eine Waffe, aber Waffen drin. Nix. Ja. Millipex findet ich noch nicht. Okay. Nimm mir die drei mit hier auf. Sonst nix. Mhm. Also am mittleren Rucksack habe ich gefunden. Ja. Ja. Aber sonst. Ja. 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 Wenn du Aufträge hast, dann kannst du das aufgeben. 5 6 2 7 2 3 13 keine feindlich 농 ich black fern fläten Feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Positionen werden auf der Taktikkarte angezeigt. Ah, da war ein Spieler zusammengeschossen. Haha, zählt der auch? Normal schon? Ja, hat er zählt. Ah, jetzt hat wieder ein anderer Spieler zusammengeschossen, oder was? Nein, ich weiß nicht. Ah, du Scheiße, der hat ihn jetzt zusammengeschossen. Sind sie zwei noch? Noch zwei? Na, Scheiße, Dreck. Ich spiele ja nicht. Jo, jo, bist du da rein, oder? Ist er bei dir? Na, jetzt ist er schon wieder fort. Oh, ich höre ihn noch schießen, he. Ah, geh. Ah, geh, leck' nur im Arsch. Die Feindliche Drohne habe ich da. Dann sage ich, wenn du in ein Gebiet rein musst, dann ist das aber scheiße, weil da sind die Spieler mit. Ja. Ah, ich habe auf die selben Aufträge. Nein, das ist nicht. Aber ich gehe immer dadurch durch das, dass wir die Mission haben, dann ist er gerne ins Gebiet rein. Ah, ich gehe nicht mehr durch das, was ich bin. Jeb ist. Oh. Und ich habe auch keine gescheite Waffen auch nicht gefunden gehabt in dem Ding. Ja. Nein. Ich habe schon 5 Sterne bis 2 dabei gehabt, aber sonst nicht. Nein. Ich muss mal als Sniper wieder nehmen, 2 Stunden Sniper. Oder soll ich lieber andere das mal nicht nehmen? Nimm mal die 2 Stunden Waffe mit. Ja, das ist ein Sniper. Bei mir. Achso. Ja, da kannst du ja von der Ferne wegschießen. Ja. Ist ja wüsst. Ja. Können wir jetzt schon. Ich wäre es. Mhm. Erkunden und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Rechnet mit Widerstand lokaler Einheiten. Achtet auf andere Sölten im Gebiet. Nein. Nein, ist nicht so weit. Ja, die anderen sind auch unterhalb. Ja, dann gehen wir zuerst um und dann schießen wir dort zusammen. Die kommen auch. Ja. Oder, oder was meinst. Oder Rohanöl. Ja, Rohanöl. Da ist die Erlassung von mir mit dem Sturm. Ja. Ja. Wo ist der Erlassung eigentlich gleich von mir nachher aus? Ja, das wäre ein Gescheiter. Lange wir einen Platten zusammenschüssen müssen, geht das eh schneiden. Da werden noch mehr die Packs. Ja, halten wir den Stahl schneller. Wir haben es schon wieder. Ich habe doch den Zang geschossen. Achtung, gehen wir jetzt aus. Achtung, gehen wir jetzt aus. Achtung, gehen wir jetzt aus. Achtung, leck mich am Arsch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, jetzt einmal ja. Jetzt stehen wir bei den Einfahrernsachen schon. Weil das der erste Run am Tag ist. Oh nein. Ja, haha. Das ist süß. Na ja, jetzt haben wir die zwei Stunden Waffen auch wieder gesperrt. Das ist so cool. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Oh, das war doch nicht mit dem Lass. Mit hier, mit dem Lass. So. Da muss man am Weg frei ballern, dass ich eine Waffe höre. War gut, jetzt habe ich eine andere Waffe dabei. Rechnet mit Kontakt. So schlecht ist er nicht. Wieso keine Ernte hole ich? Da ist eh eine Lastung, gehen wir da um. Ich fahre mit dem und da sind die Spinzer. Ah, halt, das ist eine Festung. Ah, das ist eine Festung. Ich fahre mit dem Elektronik. Du hast einen Ölpil mit dem Rucksack genutzt. Rucksack? Rucksack! Was ist denn da? Oh, genau! Siere, immer fuhren wir! Ja. Ja. Schwer an der direkte Geschutze. Aber jetzt kommt man ja. Ja. Gesteigerte Aktivität im Gebiet. Hält ihr die Augen auf? Hast du einen Reifen schon geschossen? Oder was? Ich muss doch schauen, ob ich zu einer Waffe bin. Du hast noch keine Waffe? Nein. Aber ich fahr jetzt gleich über die Zange. Oder was? Ja, oder was? Warte, jetzt findest du doch eh, glaube ich. Und ich find da nichts. Mhm. In die Taschen. Ich schau gleich mal runter. Ja. Wörterblau ein. Nix. Ja, eigentlich. Da ist eine Waffe zu dir. Da ist eine Waffe zu dir. Ja. Da kann ich was. Mittleren Rucksack habe ich. Ja. Unten oder was? Ja. Ja, ich wirf's dir her. Wo bist denn? Ich hab's da hinten mal gewartet. Wo bist denn du? Oder in den? Du brauchst die Patronen auch dazu. Ja. Ja, die schießt schnell. Das ist ein Wahnsinn, der. Ja, aber... Die zieht's halt ein Hefe mit einer Stirn. Ja, aber das ist nicht so. Find ich, die schießt gut. Ja, die Schuss raus ist ein Wahnsinn. Ja, ein Medipad hab ich gefunden. Oh nein. Oder Spritzen. Spritzerl. Da ist der eine. Jetzt haben wir eh Rohanöl. Mühen wir ja da schon zusammenschießen. Ja, da müssen wir jetzt zusammenschießen. Da will ich noch mal spritzen. Noch mal spritzen. Wir haben mich ja erfischt. Wo sind wir jetzt da? Wo sind wir jetzt da? Pissen wir mal ein paar zusammen da. Zwei habe ich schon. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, jetzt hab ich die Gute. Was ist denn besser die Waffe? Ich hab einen PG. Aha. Oh nein. Auf geht's. Aufträge für Geld sind auf der Taktikkarte zu finden. Wie ist denn der scheiß Turm? Wo ist das? Jetzt hätten wir keine Gegner. Wo müssen wir brauchen. Ja, ich mach gleich einen Fullturm. Dann sehen wir es schon. Oh. Oh. Ultra-1 Armando. Drohne ist in Position. Oh, da unten oder was? Oh, da unten oder was? Oh, da unten unten unten. Ja. 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 Schießt du da also oder was? Nein, das ist ein Spieler anschauen. Ja, das ist ein Gamer. Spieler schon wieder. Ja. Da vorne ist ein. Sehst du? Die, die ganz voll markiert sind. Die haben ja da. Die, die voll markiert sind. Misch ich es gerade auch nicht zusammen. Ah. Ah geh, ja du Scheiße he. Alter, ich hab nicht hingemotten. Gut. Ah geh, jetzt könnt's wieder das aussehen. Ach so. Ach geh. Die vollen, ausgefüllten, das sind die Spieler. Ich hab's schon gesehen, aber ich hab das Waffe gesehen. Ja, hab ich jetzt gesehen. Hab ich jetzt zu spät anwacht gehen. Du musst auf die Minimap schauen, dann sechst gleich mal die Spieler alle. Ich hab's schon gesehen, aber ich hab die scheiß Waffe gesehen. Zu spät reagiert. Schwitze. Hilf mir. Ich bin immer noch der erste Laufkopf. Heute sind wir super gut. Oh, heute sind wir spitzmäßig unterwegs. Oh meinst, die Stundenwaffen ist da jetzt auch. Ja, weil ich einen anderen Operator hab, der ist so schlecht. Ja. Nimm mir eh letzte MP4 mit. Jetzt musst du mal, jetzt musst du mal laufen. Das gibt's ja nicht. Die scheiß Gamer, die müssen wir auch genauso wegschießen. Ja eben. Ich hab's später reagiert. Ich hab's zwar auf der Minimap gesehen, dann hab ich hingeschaut und dabei ist schon vor mich. Ja. 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 Ah ja. 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 Der Spieler hat nämlich zwei Revolver als dem Rang gelaufen. Ja, aber die hast... Und hat mir zusammengeschossen. Ja, die... Hä? Die wenn voll aufwert sind, dann müsst ihr die voll abgehen. Weißt schon. Die wenn's... Ja. Aber da kannst du dich so schlecht ziehen, oder? Nein, du musst mal den anderen sehen oder? Die gehen dann halt drrrrrr. Gehen dann voll ab. Brutal! Ja, ja. Aber wir haben's halt nicht aufgewert, oder? Wir haben jetzt dann selber einen der 5-Rang gelosten. Wir haben aber die rechten Stufe 5, oder was? Ja, ja, das... Ja, ja, das... ganzen Waffen erst alle auch fertig gescheit? Ja. Okay? Genau. Ich will drei, vier. Weil da kriegst du dann die Zielfernrohre erst alles freigeschalten und die Tarnungen und... Ja. Ja. Ja, lächst du wieder. Ja, wir sind mir das Spiel nicht mehr gewonnen, weil wir die auch nur so zocken. Zockt haben wir nicht, sind wir rausgekommen. Ja. Willkommen in Almasra. Wo sind wir jetzt? Almasra. Machen wir gut, Almasra. In Almasra. In Almasra. In Almasra. Sind wir eh nicht weit weg von Rohan, oder? Ja. Ist eh da unten. Ist eh da gleich. Ladefacher brechende Munition. Oh wei. Willst du das Weiber, das ich hab? PANTA! Hast du das gehört? Ja, ja. Du hörst ja weimlich. Möchtest du Weiber, Leute? Ja, ja, ja. Ja. Das ist eh auch ein Fahrzeug, oder? Ja, du kannst da oben gehen. Dann hören sie doch wieder. Später. Aber später braucht man ein Fahrzeug. Ja. Dann nehmen wir's mit. Hä? Dann nehmen wir's mit. Ja, bloß am Rand hinpacken. Weißt du, ich werde das mal jetzt kein Spielertaten sein. Ja. Soll ich nur nicht zu früh. Ja, aber jetzt schießt man alles weg. Jetzt schießt man alles weg. Jetzt schießt man alles weg. Ja. Okay. Wir schießen nicht schon. Jetzt haben wir auf der Verkehrsseite. Scheiße. Ist ja wurscht. Rohan steht oben. Ist ja wurscht. Einer kann noch nicht sein. Ah, jetzt hat mich schon wieder ein Spielerzang geschossen, oder was? Wie ein Spieler da. Ah, mei. Der hat mich mit einem Sniper runter. Um am Turm steht er. Um am Silo, also. An den drunten Turm. Scheiße. Ach, geh. Ach, mir. Ach, das geht's doch nicht. Ach, dir auch. Wo hat denn die runtergeschossen? Oma, da am Silo steht er runter. Der erste von rechts gleich. Ach, geh, komm. Ach, geh, komm. Ah, geh, hab mir einen gelegt. Das ist auch Wahnsinn, oder? Das gehört doch nicht. Ach, jetzt haben wir mal eine Superwaffe. Ich meine auch mit 2 Stunden. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, hey, das gibt's doch nicht. Katastrophe! Das gibt's nicht. Ich hab mir schon gedacht, was ballert und da so komisch dumm, dumm, dumm. Ich hab mir schon gedacht, was ballert und da so komisch dumm, dumm, dumm tut so rein. Ja, ja. Jetzt müssen wir die letzte Lachmann mitnehmen, weil ich hab nichts anderes. Oder am besten ist, wenn wir nachgereich gehen, oder? Ja, genau. Gehen wir mal nachgereich. Gehen wir. Ja, haben wir so hart zusammen. Da waren wir immer am besten. Jetzt sind wir schon vom Grund auf gewohnt, gell? Ja, eben. Pass auf, jetzt werden wir alles wieder messen. Ah, jetzt haben wir uns warm gespielt. Warm gestorben sind wir jetzt. Warm gestorben. So. Ha. Ja, ich. Da kommt wieder so ein Spielkanal, schön. Spielkanal. 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 Ja, ja. Und Textchatten. Ja, nicht die. Jossa. Wo auch jetzt spielen. Die sagen mir auch, wir keine Chance haben jetzt einen Menschenwetter. Ha, 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 ha. Wahrscheinlich, die. Ja, Ole hat er gespielt. Ole. Oh, mei. Boah. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, die Fans, die Zuschauer freuen uns heute auch nicht, Arengell. Wir drücken uns nicht die Daumen, dass wir alles verlieren. Willkommen in Al Masra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Rechnet mit Widerstand lokale Einheiten. Achtet auf andere Seiten im Gebiet. Super. So. Jetzt geh her, hast du Waffen? Geh. Waffenlager herst du, oder? Warte, da. Da rät der Spieler. Wo? Da, Scher. Shit, jetzt habe ich Sandtags gekraut geschmissen. Du kacke. Jetzt haben wir angeraten. Ach, geh. Da holt man jetzt nicht lang. Waffenlager. Du hast mich erwischt. Na ja. Wenn wir eben einen Schlüssel für die Polizei schon gebraucht, dann hätten wir schon eine Waffe. Ja. Gleich Ende. Ja. Da ist schon ein Medipad, wenn ich. Ja, wie gesagt. Eines habe ich schon. Ja. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja. Wir müssen doch erstmal ins Krankenhaus. Ja. Was ich Einschusslöcher habe durch die. Ja. Ja. Ich habe nicht geoperiert. Na, du hast deine Platten voll. Was meinst du denn? Bist du denn nicht getroffen worden? Ja. Toast. Toast hast du voll, ja? Gibt es dir? Oh, Schmerz. Ich bin nicht gewoffen, dieses Geil. Du hast schon Waffen gefunden, oder? Ja, sehe ich schon. Drei Sterne Waffen. Das haben wir schon gebraucht. Ich habe nicht gehekt gefunden, Entschuldigung. Jawohl. Ich brauche auch noch eine Waffe. Ja, ich habe eine zweite da. Jetzt soll ich brauche sie. Ich brauche sie. Warte Sekunden. Das ist aber die. Das ist ein Sniper, oder? Warum kann ich den nicht aufnehmen? Die Waffen! Kann ich nicht aufnehmen? Das gibt es auch nicht. Das gibt es echt nicht. Ist da schon wieder ein Bug drin, oder was? Ein herbloses Auto. Ja, kann ich nicht aufnehmen. Ja, stimmt. So ein Scheiß. Da warte mal, Robin. Ich habe ein Medipat für dich noch. Jawohl. Warum kannst du jetzt nicht annehmen? Das gibt es ja nicht. Ja, komisch. Ist ja wurscht. Da dauern wir nicht lange Zeit. Das gibt es ja nicht. Da müssen wir uns ein Antrieb sagen. Mhm. Kannst du aufs Krankenhaus rauf fahren, oder was? Das ist unterbrechende Munition! Ja, da steht Auto. Ja, da steht Auto. Ja. Das ist nicht wahr. Ja. Das ist nicht wahr. Haben sie ihn sauber hergepackt. Ja. Jetzt sind sie wieder ein Leaderpaller. Aber dann. Dann. Aber dann. Aber dann. Aber er schießt ihn da schon. Er schießt schon da. Ah, okay. Ich gehe damit. Ich habe mir nicht mehr eine Waffe. Ich habe noch ein Kind. Ja. Du musst da in die Kisten reinschauen. Ja. Du musst da ins Kisten. Splitterklar. Die werden wir hochkacken, oder? Du wirst es weit weg. Nein, nein, nein. Nichts ist da. Nichts? Ich darf ja nicht wahr sein. Vielleicht ist es auch mal nicht. Nichts? Nein, oben war noch nie ohne. Ja, das kann man nicht sagen. Leute, haben wir da mal ja geliebt. Ja. Einen Spritzerl habe ich auch schon. Jawoll. Einen Rucksack war alles. Nein, ihr schnappt ihn gleich. Ja, wenn ich da war. Da ist eine Schnee. Da ist eine Schnee. Da ist eine Schnee. Da ist nichts drin. Aha. Da ist eine Schnee. Mit den Masken. Da ist auch noch eine. Wirklich? Da sind auch noch Masken. Da ist alles. Ja, wir machen mal das nicht. Die nicht. Ja, eben. Ähm, Ding. Oh, da ist auch noch ein Haufen Leute. Oh, 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 oh. Da können wir ein paar zusammenschießen. Da ist Zeit aber nicht, oder? Da ist auch noch ein paar. Nein, aber ich brauche Waffe. Da nimmt rein. Jawoll. Okay, das ist auch Plattner. Alles, was du brauchst. Was ich für dich tue? Jawoll. Okay. Alles Entscheidungen für den Rutsch. Witzermeld. Ach, das war jetzt nicht. Also. Okidoki. Fangen wir weiter. Fangen wir weiter. Fangen wir weiter. Da ist alles tiekert. Rutsch, glaube ich. Ja. Haben wir den Weg noch mehr um. Über die Brücke. Oh, oh, oh. Ja, was machst du denn jetzt überhaupt? Ja, ruhig. Oder was? Ja, ruhig. Dann hieß man da. Oder da, auf Satif. So ein bisschen. Ja, auf Satif. Ja, auf Satif. Gerade durch. Dann können wir, wenn wir es noch schaffen, links, rechts. Ja. Ja. Ja, unten. Da unten sind die, äh, normalen, äh, äh, Ots, sag ich mal. Da oben sind die Schwierigen. Ja. Da haben wir lieber unten hier, ja. Da sind wir halt nicht weit weggefahren. Ja. Von der anderen links und rechts drauf. Aber so. Das Beste. Kann ich da was sagen. Okay, das ist schon mal zaubredet. Dann habe ich zu, ja, auf der Rückguma da. Das ist auch der Rückguma da. Der Rückguma. Der Rückguma. Da müssen wir wieder her, oder was? Da können wir uns ein Weekend gefahren. Da sind ja eh fünf herrunden, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schau mal. Anscheinend, was ist die Geschmissen? Was ist das? Ah, wir kommen schon dazu, ja. Ist schon alle? Ja. Wie viele haben wir jetzt gehabt? Zwei, drei, vier, fünf. Fünf haben wir gehabt, oder was? Wir haben schon, ich hab's gelesen. Fünf, ja. Ja, jetzt haben wir das Auto unten stehen lassen. Das ist scheiße, oder? Ja, dann können wir uns auch wieder holen. Ja, jetzt findest du ihn. Mal zwei. 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 Zwei, nur drei. Bis zum Schlüssel nicht her. Ah, da ist ein Auftrag, du. Die Bomben springen. Das ist auch nicht schlecht, wenn wir das nächste Jahr doch haben. Ah, wo ist da noch einer? Gibt's ja nicht, da werden wir da jetzt finden. Ah, da haben wir es eh alle. Ab! Dann holen wir das Auto wieder. Ja. Du bist ja eh schon wieder ein Spieler, wie ich sehe. Ab durch die Hütte. Ja, schon wieder ein Spieler, oder? Ja. Ja. Dann fangen wir gleich außen rum, oder nach, nach da her. Oder? Oder Rohan. Rohan, fangen wir erst da her. Rohan. Keine Ahnung. Da ist nicht so weit, ja. Rohan ist nicht so weit weg. Meinst du? Ja, wenn du da runterfährst, mit der Straße... Aber das andere ist auch bloß zu ernten. Ja, aber die wird erst da, und dann in die Schiene entlang zu kommen. Oh, der Koffer wird auch schon außen transportiert. Ja, Wahnsinn. Sollen wir schnell zusammenfangen? Ah, der geht's vorher. Fahr halt da und verlier nicht viel Zeit drauf, mit dem Schmarrn da. Dann schaffen wir das nicht. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Was ist, wenn wir es zusammenfangen, denn? Was ist auch, wenn wir es zusammenfangen? Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Was ist, wenn wir es zusammenfangen? Lasst uns! Die Viere. Das geht her. Die Viere. Die Wirkung. Die Viere. Das sind ja gerade die Vorplotterer wieder da, nur vier brauchen wir. Wo schützt du einer? Jetzt haben wir es, oder? Wo haben wir es? Weiter, oder? Jawohl, dann gehen wir weiter. Ja, hauen wir ab. Wo ist denn der Auto? Das Auto ist weg. Geht das noch? Nein, Spritler. Ja, das steht da noch. Ja, aber Spritler. Ich habe auch einen Tank. Achso, ja, man fahr schnell runter. Feindliche Operator haben einen Waffenkoffer geborgen. Wo bist denn du? Am Weg. Drohnen-Turm hier. Drohnen-Turm. Das ist wirklich ein Weibens, was ich da spiele. Ja, ich fahr außen rum, warte schnell zur Tür hin. Halt. Steige. Na du, steige aus. Steige aus. Und mach Platten rein. Ja. 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 Ich bin ja drin. Ich kann ja drinnen auch platten. Ja, weißt du schon. Es ist bloß die Eisenbahnschiene nicht lang. Dann brauchen wir die nicht mehr. Da müssen wir jetzt gleich her. Ja, dann werden wir da gleich ein paar zusammenschießen da. Ja, jetzt nehmen wir. Ja, da müssen wir runter. Hä? Nehmen wir aber tanken und durchfahren, bis wir es zusammenfahren oder nicht? Ach du. Du kannst ein paar zusammenfahren und dann tanken, brauchst du gar nicht mehr. Ja, aber nicht, dass du das Auto zusammenschießt. Wir müssen reparieren, weißt du schon. Ja, da werden wir schon wieder. Nicht, dass wir jetzt schon sterben. Nein, das war ein Boot. Cool. Jetzt schießt man dich schnell zusammen und dann können wir alle nachschauen in der Fahrzeuge. Du willst raus. Du kannst aber zusammenfahren, ich schau einmal. Oh, da ist aber ein Kind. Du kannst dein Boot. Du kannst ein bisschen Sense8 machen. Du kannst das genau einen, das sind jetzt raus. Du kannst es auch lang in die Fahrzeuge vertreten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Super! Den gesehen! Ultra 1 gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen! Wie viel hast du jetzt? Achte! Nein, jetzt haben sie nicht. Zwei, da sind sie nicht. Ja, ich hab ein Medipack nicht erwischt. Aber da sind sie jetzt rauszutut. Ich meine, wir waren nicht zehn auf einen Haufen. Bloß ich hab sie nicht alle auf einmal erwischt. Ja, ich hab einen Haufen. Noch einen Haufen. Ah, da ist ein Haufen. Jumma. Was ist denn? Aufgeschlossen. Nein, ich hab sie schon wieder. Ah, du hast sie. Ah. Da geht sie zu, du Wahnsinn. Ah, ja. Da geht sie zu, du Wahnsinn. Jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Ich komm. Warte, du musst da um sich... Ach, da stehen sie auch noch! Warte, du musst Viere. Gehen wir ein wenig Viere zu dir. Oh, nehmen wir einen Block her. Das ist ja wirklich heiß. Du musst... Nein. Wo bist du? Ich würd sagen, dass du... Weil da stehen dann so einen rauen Bergen. Ah, okay. Ich muss langer Platz lassen. Oh, Scheiße. Oh, le. Nein, da sind sie aber krass drauf. Ah, wir haben sie auch schon wieder. Nein, jetzt hab ich kein Spritzen mehr. Oh, nein. Hab ich aber vergessen zu machen, oder? So eine Scheiße. Ah, ja. Ich hab sie auch vergessen zu machen. Aber die Mission haben wir. Ja, super. Ohne Mission haben wir wieder. Aber ohne Waffen sind wir rein. Und dann haben wir die Mission geschafft, Scheiße. Mit den guten Waffen. Ja, Scheiße. Da sind wir jetzt mal gestorben. Das ist ein Witz. Wir sind immer ohne Waffen besser. Jetzt machen wir das als nächster mit den Geißeln einmal. Ja. Gut, da ist es zugegangen. Da waren noch meine Zeher, die sind auf eine Richtung geredet. Weißt? Wir haben dreimal gespielt. Nein. Da sind eine Zeher in eine Richtung geredet und ich hinterher. Ja. Aber sonst sind sie mal ausgeglichen. Die Sackra. Nein. Dann sind das alle auf einmal geschaut. Ja. So hab ich ja gesagt. Ja. Jetzt haben wir es eh gleich Mission. Ja, genau. Das war optimal. Ja, genau. Jetzt lachen wir mal. Ich helfe den. Einen Geißel befreien müssen wir mal, gell? Ja. Dann können wir jetzt den einen raus da wieder. Ja. Ja, stimmt. Genau. Ah, das können wir wieder cool wieder nieder sagen. Das war jetzt schon wieder Stufe 3 bei mir angezeigt. Ah, okay. Dann machen wir halt die Weide an. Ist ja wurscht. Ja, Geißel machen wir jetzt als erstes. Also auf den Waffen kommen wir ab. Was haben wir da? Ja, da tu ich jetzt ohne Waffe rein. Was warst du denn das? Hä? Ja. Evakuieren mit 7 Abschussserien in einem Einsatz. Ja, das haben wir doch schon mal gemacht. Was war das? Das ist die Präzisionsschlag, Hoppanschlag und so weiter. Du brauchst 7 in einem Einsatz. Ach so, genau. Die 7 müssen wir einkaufen dann. Ja. Die müssen wir einkaufen dann ja. Ja. Ja, Kisten wär das Beste, ja. Ja, vielleicht schaffen wir die Geißeln in dieser Zeit und dann können wir die mit den Gaten Abschussserien und dann Kisten alles sammeln. Vielleicht schaffen wir's ja. Ja, aber du musst ja mit der Geißel aber raussehen, Robin. Nein, die brauchst man selber. Also ja, du musst ja am Schluss so eine Geißel machen, ja. Nein. Okay. Geißel brauchst bloß in den Flugzeugen und dann wieder abhauen. Du kannst ja wieder raussehen, du brauchst ja nicht evakuieren damit. Nicht? Du musst ja nicht mitfliegen, oder was? Nein, du musst nicht. Das ist ja bloß, weil wir mir gesichert dran sind, weißt? Okay, ja. Aber wir kriegen halt dann das Geld. Das ist ja gut. Und so, wenn die Waffe drin ist oder was, und du evakuieren, dann hast du halt das Geld schon sicher, weißt? Da hast du so ein Waffen, aber... So werden wir halt so ein geiles Laufkonto. Also wenn du runterdust, dann hast du halt das Geld schon einmal gesichert für die Waffen, äh, gesicherte Waffen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, gut. Bei uns ein Glück heute. Da wird kein einziger Rezessonsschlag und so weiter drin sein in den Kisten. Das befürchte ich. Ja, ich darf. Weil wir so ein Glück haben heute. Ja. Heut, spülen wir wie ein... Heut spülen wir wie ein Dammfänger, du. Zu lange Pause gemacht. Ja. 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 Willkommen in Al-Masra. Wunderbar. Wunderbar. In der Kasse nichts drin. Was haben die für einen Scheiß? Da ist, da ist, da ist was drin. Da ist auch nichts drin. In der Kisten. Goldbahn habe ich schon von 8000. Tankstelle. Ja, schön, ja. Was muss verkaufen? So ein Hunderer Ding. Ich schau mal auf Tankstelle. Vielleicht sind da noch Medipetten. Ja. Wieder Bellenlegung. Ich schau mal die Gebäude da natürlich. Oh, Medipetten. Ich weiß. Und der nächste ist Goldbahn 8000er. Ah, du Spinn. Wahnsinn, oder? Das ist keine alte Stau jetzt. Was denkst du noch mal? Ich schau mal an Tankstelle. Ich hab jetzt 2.500er Wein und 2.500er sind 1.000. Ja, da darf man einen Verkauf finden. Kannst du gleich einen Rucksack holen und eine 2.000 Platten kaufen. Dann haben wir immer die Dinger kaufen. Anschläge, genau. Das ist natürlich noch besser. Da müssen wir keine Ehre im Lkw die Tasche nehmen. und das zeig ich nicht mehr aufmachen, gell? Geht nicht mehr? Nein. Lkw sind auch noch Taschen drin, die kannst du gar nicht mehr aufmachen. Ja, weil sie verpackt sind, aber sonst geht es schon. Nein, bis jetzt jeden Run hab ich jetzt da gehabt. Ein Laptop für 1.500er. Passt. Eine Uhr für 600. Pass auf, die einen stehen uns, gell? Wo? Wir werden da halt ein Bruch. Wir werden ins Krankenhaus ernten. Möchtest du mich schauen ins Krankenhaus? Schauen wir da rum. Ja, schauen wir mal rum. Nein. Aber gehen wir da, dann laufen wir uns nicht durchschießen. Ja. Hier rennen wir quer durch. Ja, wir haben sie ja nicht gesehen. Wir werden die aber dann sehen. Ja. 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 Ach der ist auf. Eine Rucksack. Ohne Rucksack ist scheiße, jetzt steuern sie, jetzt. Ich fette für die Eischung. Weißt du was ich gefunden? Ein Spritzerloch? Ja, Spritzerloch, ich kann es nicht auch nehmen, du musst die Wellflaschen für die 500 mitnehmen. Kontakt! Ja. Aber du hast die 500er gefordert, ist ja. Die 500er Flaschen nicht gefordert. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein Mehrwert. Habe ich schon. Arschloch, schießt nicht auf mich! Was? Arschloch, schießt nicht auf mich, weißt du? Was? Was hast du gesagt? Du hast nicht gehört. Nein, habe ich jetzt nicht gehört. Arschloch, schießt nicht auf mich! Ich spiele aber ein, was ich vertrendet bin mit der Maske, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja schon. Spielekonsole nehme ich auch noch mit. Ja. Man wirf ja dabei einen Tankweg, oder? Ja nicht. Wenn du Aufträge abschließt, erhältst du Geld für Ausrüstung und Verbesserung. Da ist eine Platte, wenn du eine brauchst. Wo? Im Regal da. So. Abmarsch. Was ist denn ein Verkauf jetzt? Da ist er... Und schon wieder ein Goldball für 8000. Ja, Kruzifix! Ladepanzer brechende Munition! Ja, cool, ich habe nicht mehr. Wir brauchen jetzt einen Verkauf. Ja, da habe ich gleich eine Weißchläge gekauft. Das habe ich noch nicht gehabt! Ja, das habe ich noch nicht gehabt! Ja, das habe ich noch nicht! Ja, Wahnsinn! Dann braucht es doch bloß Sachen, was man braucht! Ja, alte Taschen kann ich alle nicht mehr auch machen! Das ist ja wurscht! Ja, mei ist ja! Das ist ja wurscht! Da gehen wir mal! Ja, hier kann vielleicht noch die Sachen sein! Ja! Ich brauche etwas größeres, da wollen das... Du hast meine 8000er... Du kannst die wieder schleppen! Du kannst die wieder schleppen, oder? Nein, weil ich alles voll habe! Ich habe gerade das Glück mit den Achttausender, mit den Achttausender, also soviel habe ich ja, da ist ein Medi-Pack, jawohl. Da ist ein Achttausender, oder was? Ich weiß nicht, ob das Spiel ist, oder was weiß ich nicht. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Jetzt habe ich meine hunderte Maske mitgebracht. Da ist ein Festungsschlüssel. Hast du schon alles? Oh mei, das brauchen wir jetzt ja nicht. Das ist nichts, ich kann eine Plattenhaut nicht mehr durch. Das ist eine Scheibe, da brauchen wir keine Rüstung. Wo kriegen wir die jetzt her? Wo ist denn da ein Verkauffest? Hey, da ist doch die Spinst, oder wo das Auto ist. Da kriegen wir vielleicht einen größeren Rucksack. Ja, genau. Und da ist der Verkauf auch. Vielleicht ist das nur ein Dressor, ja. Ja, genau. Da ist er verkauft, oder war er verkauft drin? Oh, da ist... Oh, da ist er... Ah, da ist er oben halt. Da ist er oben. Jetzt, wo du den Verkauf brauchst, findest du natürlich keinen, gell? Ja. Ja. Ich schaue nochmal... Oh leck, du spielst uns aus. Oh leck. 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 Tritzel. Also ich kann die Werkzeugkiste auch machen. In Ostern. Ja? Ich schaue nochmal. Nein, ich schaue. Ich muss mal schauen... Medi... Medi-Pack schaue kann ich auch nochmal. Um Lassen zu fangen. Ja, aber bei mir ist es nicht gekommen. Gut. 2,8, oder? 2,8, oder? 2,8, oder? 3,8, oder? Nein, habe ich nicht. Ne, die Petten müssen jetzt liegen lassen, weil die Postball-Mart nicht mehr. 2,8, oder? Da auch noch mal. Ach so, bist du bei der Spinnschwerke? Ja. 3,2,8, oder? Aber kein Rucksack, da spinnen doch. Ja, und die sollst du mitschleppen, da ohne Rucksack? Ja, eben. Du musst selber rumschauen, weil ich kann es nicht, weil ich das ganze Ding hab. Nein, ist viel klar. Ja, eh. Okay, ich kann schon mal. Ich glaube, dass wir den Computer haben, vielleicht haben wir 5000 Festplatten oder so. warte hier ich schaue jetzt so mit dem abdreffen glaube ich ah scheiss jetzt und ein spieler oder was ja ist es ah ich muss jetzt mal was suchst du ich schaue mal ob ich ja zu dem verkaufen war fisch ihm doch wurde blocken muss doch da her was ist denn jetzt ich bin zum verkaufen möchte ja verredet ob es geht oder nicht ich muss mir jetzt voll schnell zwei platten 28.000 haben wir abschlussserie geht auch eine drohne ja da kann ich schon drei mitnehmen anscheinend ja drei kannst du kaufen zwei habe ich jetzt einmal hat er ist der angezeigt jetzt nein wir müssen evakuieren damit naja genau aber deswegen zeigt er abschussserie und die drohne ist eine abschussserie oder steht aber dran ach so ok ich muss jetzt auch ein bisschen aufziehen oder was hier und geht es jetzt zu scheitze oder was nein überhaupt nicht ist friedlich wenn es mit der schnirleife rutscht na fetzige schnirfe weil ich muss auch das Zeug verkaufen aber zu mal kaufen ist nichts mehr oder ich habe jetzt zwei abschlussserien eine kannst du noch kaufen wenn es ist dann haben wir schon mal drei okay und dann kannst du eben mit dem Chip wieder rumfahren weil ich habe mich freigeschossen mit den Dinger das hier da ich hier 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 das hier hier Hey, hey, hey. Wie schön ist denn da wieder Wahnsinn hängen durft? Wo ist denn da ein Ding? Wo ist da der Verkauf? Oben rauf. Ah, da oben. Mit dem Seil rauf und dann hat er es. Aha. Ist eigentlich eh friedlich da hinten. Aha. Das ist kein Dank. Nein, jetzt fällt mir 2.000. Scheiße. Wo bist du? Da bin ich hier rum. Oh, jetzt habe ich einen gekauft. Dann haben wir schon mal drei. Ja. Okidoki. Müssen wir jetzt runter, oder? Bist du unten? Ich bin schon hier unten bei meinem Auto. Ahoye. Ok, ok, ok. Hier steht es nicht so. Ja, können wir nicht bei den Kisten. Wenn wir jetzt schauen, wo die hier hinten ist. Ahoye. Dann lassen wir doch noch eine kleine Abschussserie tun haben. Also das Geld müssen wir rauszuholen. Dann haben wir auch wieder etwas. Ja. Dann können wir noch mal was kaufen. Aber da haben sie jetzt nichts mehr drin. Wir haben den nächsten abgefahren. Den nächsten abgefahren. Ja. Raketen haben sie auch gar abgeschossen. Scheiße. Ja, okay. Ja, der Zug wäre jetzt interessant vielleicht. Ja, da wären sie schon rauszuholen. Ja, da wären sie schon rauszuholen. Ja, da wären sie schon rauszuholen. Ja. Ja, da wären sie schon rauszuholen. Ja. Ja, da wären sie schon rauszuholen. Ja, da sind es lebt, oder? Ja. Wir müssen jetzt auch in vier, fünf Sekunden kommen. Ja. 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 Ja, das sind nicht bei uns kleine. Optimal. Und das dritte, dann ist es ab. Ja, alle gelaufen die Schienen da. Ja. Aber die kommen erst runter. Ist der Spieler da? Der Feind ist alarmiert. Vorsichtig vorgehen. Nein, ich sehe keinen. Eine Lastung da steht an der Tankstelle. So wie ein normaler Need Park. Ja. Dann muss ich die Tür aussteigen lassen von jetzt an der anderen. Wenn wir das... Ja. Wenn wir das gleich haben. Ja. Ja. Ich hätte den LKW nicht mehr so in den Tappen. Das sind ja eh Autos. Das sind ja eh gleich ein Auto hier. Ja. Ja. Ja, ja. Da hier steht eins, nicht? Ja. Fah du weiter. Du steigst da aus, ok? Ja. Da kommt eh ein Auto. Da kommt eh ein Auto. Da musst du freischießen. Das sind ja Spieler. Meinst du? Scheiße. Ja. Überall geschaut. Scheiße. Wir sind schon weiter. Da ist aber einer, wo ich jetzt stehe. Ja. Ja. Die Drohne gehen wir eh nachher raus. Da oben in den Rucksack rein. Ja, ja. Wie dass die... Wie darfst du eine drinnen lassen dann? Aha. Siehst du? Das zockt eh schon. Ja. Ja. Ich brauche jetzt ja. Aber das ist eigentlich egal, wo du das drinnen hast. Wackel. Das ist leider so oder so. Ich glaube nicht. Doch. Jetzt hat er es mir erst geschafft. Ach so, ja. So. 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 eye hin. So. Okay, das ist aber das drinnen. Anschlag ist drin, jawohl. Einen Anschlag habe ich ja nicht. Ich bin da 506 geworden. Der Trupp ist verstreut. Bleibt besser zusammen. Warte. Na ja, na ja. So, kein Anschlag und kein Garten. Nix, scheiß, kein Geld auch nicht. Doch, 8000er und ein 5000er festmachen. Aber da können wir nicht weiter. Na ja, na. Ich bin beim letzten da. Ah, jetzt bin ich im Garten gestiegen. Da ist einer drin. Na ja, nimm da mit. Nimm du mit. Ich hab keinen Platz. Ich zahle mit der Schuss. Was ist das du? Ich gebe mir die Schuss so schlecht. Du brauchst die Abschussserie. Ja, ich links jetzt. Die Schuss. Kontakt. Auf geht's, auf geht's. Ja, ich bin schon da. Was ist die Abschussserie? Eins, zwei hab ich jetzt. Drei. Drei Stück hab ich. Drei. Dann brauchen wir noch drei. Dann haben wir fünf, dann brauchen wir noch zwei. Noch zwei müssen wir kaufen jetzt. Ja. Wo ist der nächste? Ja. Da war ein Verkauf, aber du brauchst nicht. Da war ein guter Verkauf. Der war ideal. Okay. Toll. Dann haben wir es eh. Weil du einen Kaffee, oder gibst du mit Skater-Kaffee noch zwei? Ja. Da bist du. Genau. Dann kommen wir mal raus. Ja, hoffentlich sind wir da zum Verkauf. Hoffentlich können wir da auch kaufen. Vier Minuten haben wir noch. You ready? Hä? Vier Minuten haben wir noch. Hast du ein Ding? Was ist denn? Ja. Ja, ein Tank. Da ist eine Tankstelle da. Soll kein Licht da noch mitnehmen? Nein, ich hab ihn. Aber ich muss eh reparieren. Ich muss schauen, dass wir jetzt das schnell kriegen und dann ab. Weil das breitet sich schon aus dann noch. Ja, ja. Das müssen wir schaffen. Irgendwann bleibt's. Glöckse fix. Das wird wieder knapp. Das wird gar kein Blatt mehr. Da fangen wir weiter hin. Wir haben uns bloß kein Spieler nicht erwischt. Nein. Der scheint ist alarmiert. Vorsichtig vorgehen. Ja, aber jetzt. Ich meine, dann seh dann. Alle aufsehen. Ja. Die Strahlung kommt. Will ich mal nicht zu sterben an einem Flugpunkt oder so? Das befürchte ich. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Ich bin ja. Da gehen wir uns auch so aus. Ja. Wodurch ist der LTV auch noch da? Also. Das ist der Arsch. Nein, da oben. Nein, da oben. Nein, da oben schon. Oh, hier oben. Also. Ich habe noch einen gekauft. Ja. Ich hoffe, dass er da liegt. Wieviel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4 habe ich jetzt. 1, 2, 3. Ich habe 3. Ich habe 3. Ich habe 4. 4. Ja, wie lange da? Ja, genau. Aufwärts. Ja, da kommen wir wieder. Da geht. Springen drüber. Oh, Scheiße. Ich muss mit Spritzen halten. Ja, kein Plan. Wo bist du? Ja, da. Jetzt haben sie mich rausgeschossen. Die Scheißgebiete. Hast du noch eine Spritze? Ja, ja. Ich muss jetzt schnell gehen. Ich gehe zum LTV. Ganz schnell. Jetzt habe ich einen richtigsten Schaden. Nein, ich komme nicht. Ich muss hinterher zu dir. Warte. Mein Mele-Pack ist auch weg. Ah, shit. Wurde auch mal. Nein, ich bin jetzt in die Halle hinein. Und da bin ich im Eck. Da ist es friedlich. Ah, nein. Wir müssen schauen, wann wir rauskommen. Ah, warte mal. Ich muss da rein, ins Eck rein. Und da nehmen wir... Ah, da sind sie wieder da. Aber nicht da herinnen. Ja, du musst da außen. Auf das rechte Eck hin. Ich bin jetzt gleich alt. Ah, da bist du. Jetzt werden wir uns schicken, du. Ich habe doch da irgendeinen LTV gesehen. Wo waren die eigentlich? Ach, da ist keiner. Ich habe auch einer geschaut. Da ist ein LKW draus. Den nehmen wir mal. Auf die Füße, Soldat. Auf die Füße, Soldat. Auf die Füße, Soldat. Hol die Gere. Wo ist da jetzt ein LKW? Ah, da ist ein LKW. Oder nehmen wir ein LTV? Wo bin ich auch gesehen? Ja, der Scheißen ist da. Wo oben auf der Tankstelle ist ein Fahrzeug jetzt. Da fährt es mir ab. Oder? Und dann schauen, wo der Bucker jetzt aussehen. Das ist ja alles zugeschossen. 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 Da kommen wir halt raus. Ja, ich komme. Wir schießen alle. Wir haben ja keine Platte mehr. Nein, ich weiß schon. Spritz dich. Hast du ein Medipad noch? Ich kann da noch eins geben? Nein, ich habe eins. Ich habe jetzt noch zwei gebraucht. Das war mein Spritzen und mein Medipad. Oh, leck ist das. Das will ja wieder sein. Nein, das schaffen wir schon. Ja, aber die Spieler sind auch noch in der Nacht, gell? Wirf das da her. Ja, halt weiter, halt das Auto. Aber hast du alle in den Rucksack, oder? Deine Aufträge, also deine Anschläge? Ja, drei Stück. Okay, aber nicht... Okay. Dann fahren wir jetzt auf und holen wir uns den oberen. Da ist der Koffer gerade. Einige Operator haben einen Waffenkoffer geborgen. Bis bei mir. Dann können wir ein kleines Auto steigen. Ja. Also eine. Schnell weiter. Super, schon. Absolut aus der Mitte, ja. Da vorne ist eh ein Panzer der Wangen auch noch. Ja, da schauen wir jetzt auch noch hin. Genau. Fetzen, fetzen, fetzen. Da wäre ein Panzer der Wangen. Ah, scheiße. Lass den Panzer. Fetzen auf die Bühne werden wir das schaffen noch. Oh, das wird gescheitert. Ja. Ja. Kleine Aufträge, also da zwischendurch, ja. Ja, da ist dann, wenn wir ihn aktivieren, da vorne, dann kommt er eh noch. Ja. Ja, das ist gut. Ja, da müssen wir erst mal hin kommen, da. Ja. Fahre schon da. 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 Fahre schon. Fahre schon da. Fahre auch ja. Fahre schon? Fahre schon da. Fahre schon da. Wow. Ich fahre es einmal rein. Ich habe keinen Platten, nichts mehr haben dürfen. Wahnsinn. Ich bleibe jetzt im Haus drin. Wie passest du so weiter rein? Wenn ein Spieler kommt, dann weiß ich nicht, dass ich weg bin. Aufschrauben, kommt. Jetzt geht es um die Rampen. Komm, 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 komm. Ahoi, ein, 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 ein. Ahoi, ich bin drin. Wohin, komm. Ahoi, komm, komm. Ahoi, besser wieder. Du hast das alles oben, oder? Du hast das hier oben. Ja, ich habe alles oben im Rucksack. Ahoi. 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 Ich habe nicht mehr geschafft. In die Landeszone. Freihalten. Warum eins nur? Ja, schon alle. Alle sind abgeschlossen. Kommiert sie mich, was ich habe? Ja, leck. Ja, bei mir auch. Ahoi. Achtung, wir können hier nicht lange bleiben. Ahoi. 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 So, über Stufe 3. Was sind denn das für Scheiße? Ahoi. Ahoi. Die habe ich aber nicht gemacht, wohin ich ausgegangen ist. Das ist ein Scheiße. Das muss ich noch mal ausziehen. Genau. Okay. Da muss es einmal.